hallo und willkommen bei viel blau um nichts nummer 204 januar läuft und ich bin ein bisschen später daran wie ich gedacht habe und warte nebenbei auf ein paar sachen die passieren sollten deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt vielleicht zwischendurch aber das werden wir sehen fangen was an packen was an gehen was an mengen technisch wird kürzer als letzte woche da lege ich da lege ich mich jetzt mal kurz aus dem fenster im fall hoffentlich nicht raus das kann ich ja schlecht aufnehmen hahaha sehr lustig gut dann wollen wir mal gehen wir die youtube kommentare durch warum habe ich hier fünf stück offen ja klar okay zählen sollte man auch können würde helfen gut mache ich mal kurz die bla geschichten zuerst dann meint der mtl der erst erster und der kugel meint er ist fünfter und der diese meint wup wup dazu okay der max wünscht mir nachträglich alles zum geburtstag danke der aldi meint hihi den band die hat er zum glück schon in der garage das mit den 100 meilen war echt öde trotz 900er tuning ich habe die woche dann doch auch noch mehr erfahren ich habe halt einen auf dem im auktionshaus tatsächlich gekauft für nur 3,6 millionen sehr weniger wie er neu gekostet hätte was mich ein bisschen wund naja gut zu dem zeitpunkt haben wahrscheinlich schon viele versucht ihr es wieder loszuwerden es war einer mit dem 900er tun also was 900 glaube s1 ist 800 glaube ich oder ja bin dann auch rumgefahren und ja halt mein highway paar mal rauf und runter es gibt spannenderes dafür haben sie uns ja auch 100 vorzettel und punkte geschenkt immerhin naja ich habe dann den ferrari habe ich mir nicht geleistet für die mickrigen drei punkte und den wheelspin der noch da war den kann ich immer noch mal irgendwann kaufen und jetzt diesmal bin ich noch am überlegen was ich alles tun sollte ich glaube die 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 na wie heißt es gleich wieder wo mit den anderen leuten zusammen gegen die schweren gegner im team fahren muss da ist diesmal irgendwann ein super schnelles auto was wieder nur einen ärgern kann wie das wenn die anderen sich wie idioten verhalten kein bock drauf na gut schauen wir einfach mal ja also ich hatte noch nicht aber jetzt habe ich halt einen mein gott mit dem hübschen flammen lack drauf also der hat immerhin einigermaßen geschmack gehabt der vorbesitzer naja dann meint der alde noch sagt er doch dass das mönchhofs radler der hammer ist das würde sogar mir schmecken also mir hier ja glaube ich nicht dann meint der enteleite nein viel zu süß gösser ist besser aha keine ahnung und der shady records mind gösser ist beste aha okay es ist immer noch alles ein radler das hilft halt einfach nichts ich glaube ich kann mir nicht vorstellen dass es etwas gibt was wirklich gut schmeckt schwierig sehr schwierig und da gucke ich meint noch wo sind überhaupt die rums und bums geschichten ja ich glaube die sind diese woche nicht die haben sich woanders eingefunden einmal zumindest wahnsinn naja also ich habe den gag jetzt wieder nicht begriffen das ist natürlich auch denkbar wie gesagt ein bisschen abgelenkt nicht ganz so super bei der sache aber ich versuche dann das dazu dann haben wir natürlich das unboxing wo der mt lite meint sehr interessante knabbereien der heidrich hinkel meint er ist eher auf die getränke gespannt ähm ich bin auf beides gespannt das ist ja so viel ich muss halt gucken wann ich es auf die reihe bringen äh die getränke waren glaube ich jetzt gar nicht so ich sag mal so nichts kann so schlimm sein wie sauerkrautsaft deswegen bin ich da relativ entspannt bei bei den komischen chips sorten da weiß ich es nicht so genau ähm der bumsi da ist er nämlich meine ich chips die nach fisch schmecken ja das ist eben wie auch immer und der tokio meint das ist mein fettes fresspaket also verhungern wird deutlich so schnell nicht das ist wohl korrekt würde ich wie gesagt meinen stapel an an abkonsumierbarer ware hier anschaut der wird nicht gerade kleiner momentan sondern eher größer huch ah also nochmal danke an dominik für das paket aber da kommen wir nachher nochmal drauf dann habe ich gegessen am vergangenen woche die funny fish kichererbsen chips joghurt gurken style da meint der tokio da hat er mir dann ja doch nochmal so eine langweilige tüte ins gepäck gelegt vielleicht finde ich ja einen anderen abnehmer der bei joghurt gurke total ausflippt äh ich habe deine ja schon verkonsumiert gehabt weil ich dachte ich hatte das video schon und dann gab es ja ein kuddelmuddel und das ich habe es zum glück wieder gefunden also ich hatte es schon ich habe aber befürchtet gehabt dass ich im zuge einer neuorganisation meiner hochlade logik das aussehen gelöscht hatte habe ich nicht deswegen habe ich jetzt schnell raus geschossen damit es dann da ist also das waren die die du geschickt hast die ich glaube ich fand es jetzt gar nicht so schön ja langweilig sie waren ein bisschen bieder aber also ich muss sagen bei der zweiten tüte waren sie immer noch okay also es war jetzt ich habe schon schlimmeres deutlich langweiliges gegessen muss man also kaufen würde ich es nicht für die wir sind ja auch relativ teuer gewesen glaube ich oder also ich habe noch ein paar sachen die ich damals in der gleichen einkaufstour mir gekauft habe die noch auf halde liegen die teilweise echt also ich sage mal da war das deutlich besser naja joghurt gurke ist eigentlich auch lustig aber jedenfalls ja das war das dann habe ich getrunken die orangina sam edition original aus dem paket vom herrn düsi und dann meint der mt lite orangina schmeckt recht gut auch die sorte rouge das ist mit blutorange da kann ich nur sagen hey lite du hast nicht aufgepackt beim auspacken aufgepasst beim aufpacken auspacken himmel das habe ich noch kommt noch ist da steht in meinem kühlschrank und wird gekühlt aber ich habe mal irgendwo zu den fixen gedanken dass zweimal hintereinander das fast gleiche nicht unbedingt klick fördernd ist wobei gut ich meine ja ist eigentlich auf dem niveau wo wir uns bewegen ist dann auch schon egal ich weiß ich weiß aber trotzdem naja der tokyo meint auch vitamin c power gestärkt kann dem würde ich nichts mehr nichts nichts mehr anhaben wird doppelte verneinung macht ja ok schauen wir mal und der alde meint überraschung orangina hat kohlensäure ja ich vermute er meint das so ja ich habe mich also ich habe mich ein bisschen gewundert darüber offensichtlich gut dann habe ich gegessen auch und das war vom tokyo paket jack links meat snacks beef jerky original die mich überhaupt nicht fasziniert habe ich muss noch die verbliebenen noch entsorgen die habe ich in den kühlschrank gestellt da stehen sie seitdem und dieses video ist ein bisschen älter als die drei tage innerhalb der man die geöffnete packung bitte verbrauchen soll also essen werde ich die sicher nicht mehr jetzt essen wegschmeißen ist zwar auch blöd aber manchmal geht es halt nicht anders der tokyo meinte fand die eigentlich ganz bekömmlich so unwürzig findet er jetzt auch nicht also ich weiß nur dass sie mir halt nicht zugesagt haben und ich bin sicher nicht jemand der aus prinzip gegen so art von essen ist hat mir halt bloß nicht zugesagt der aldi meint dann noch die harten nigger mag er gar nicht und that's what she said ja das ist eigentlich ein bumsi spruch der aldi channellt den inneren bumsi quasi hier an dieser stelle das klingt fieser wie es ist denke ich mal oh gott naja und dann der abschluss dieser woche des konsums war dann noch monster mule wo ich auch extra noch mal gucken muss heißt es wirklich so wenn so monster trink einfach nur monster mule heißt das ist so so kurz und prägnant das geht gar nicht der tokyo meint da muss sich aber jemand trinkt die krallen schneiden zwinkersmiley er fand den mule eher enttäuschend weniger bekömmlich ja ich weiß gar nicht mehr wie es so fand das mit den krallen ist mir wieder eingefallen die fingernägel wenn lang sind kriegt man dosen schlecht auf das stimmt ja ist so und der mt elite meint der ist der magen dass rockstar besseres zeug insgesamt hat als monster ich will das nicht ausschließen ich kann es aber momentan nicht eine dezidierte meinung dazu abgeben weil ich die dinger ja auch hier und da natürlich konsumiert habe aber jetzt gerade nicht spontan zuordnen könnte welche mir jetzt da besser geschmack geschmackt haben also dass dieser flaming flaming berrydings war war auf jeden fall ein paar leute angeklickt das fand ich doch ganz nett der ist rockstar korrekt der war auf jeden fall eigen sagen wir es mal so ja okay das war youtube durchgesprintet ein bisschen gehen wir in die e-mails sind einige da dann wollen wir mal ein bisschen kürzer eine ein bisschen bisschen länger aber ja passt schon wie gesagt wird eine bekömmliche länge und dann schauen wir mal biete für bla 70 milliarden gummibärchen aha meinte der tokyo hallo ich hatte microsoft auch schon an meine tür geklopft und mir geld für den kanal ergeboten ja es wäre spannend aber nee ich habe ich glaube ich habe mal irgendwann eine e mail bekommen dass jemand mir mich unterstützen wollte bei reichweite des podcasts habe ich mir gedacht okay geht auch wirklich alle karteileichen bei apple durch oder aber also der hier ist ja nicht bei apple aber die alten waren es aber egal also gerade die news las also für leute die es wirklich gar nicht mitbekommen haben microsoft wird activision blizzard kaufen für nur so nicht ganz 70 milliarden us dollar was ein bisschen vieles und nicht und ungefähr das neunfache oder so von dem was für bethesda hingelegt haben ja also die gerade die news las muss das erst mal die augen reiben der bethesda die war ja schon überschaubar überschaubar krass aber mal eben activision blizzard zu schlucken das ist schon eine neue dimension das ist wohl wahr vor allem vom preis her eben wobei der 2k und zinka deal auch schon krass weil der mit seinen zwölf milliarden wo der auch schon deutlich mehr war als bethesda nur dass man halt als normalo spieler sag ich jetzt mal zynga einfach kaum noch auf dem radar hat da war übrigens don metric mal zwischendurch auch also nach microsoft aber egal ja er weiß noch nicht was er wirklich davon halten soll auf der einen seite hat microsoft anscheinend die kohle also kann mir natürlich auch keinen vorwurf machen dass sie sich damit ein big player einverleiben sich damit gegenüber der konkurrenz einen weiteren haben punkt sichern andererseits geht damit das gleichgewicht auch immer mehr flöten wohin so ein einseitiges machtverhältnis führt sieht man ja am besten beim fußball naja die englischen liegen diese scheichs schmeißen mit geld um sich als wäre es konfetti und ziehen mit das beste auf die insel oder nach paris gut so ganz in der landing erfolg bringt das auch nichts würde ich auch nicht zwingend vergleichen weil zumindest in england drüben gibt es ja immerhin mehrere davon die alle reich sind und deswegen ist da fußballer an sich interessanter als bei uns hier in deutschland wo gar keiner einen scheich hat und trotzdem ein verein zehnmal hintereinander meister wird schnarch also ddr verhältnisse wenn wir es jetzt flapsig sagen wollen täte trotzdem ist es irgendwie erschreckend dass mal eben ein riese wie ektischen geschluckt werden kann von microsoft in solche regionen kann sony wohl kaum vordringen vermutlich bleibt abzuwarten ob microsoft jetzt erstmal genug die portokasse geplündert hat oder ob man noch ein paar milliarden übrig hat um auch noch ea take two oder einen japanischen big player zu fressen da kommt ja immer dazu die wollen ja müssen ja auch gefressen werden wollen bei activision blizzard kann man sich vor da gibt es ja genug gelalle jetzt warum und weshalb die tage wenn man die ganzen artikel auch vom vom bobby und blablabla aber da es gibt ja wohl keinen anderen schuppen der so momentan von allen ecken unter beschuss steht über die ethik und suchst ja aus und lalala und auch die abläufe und ist ja nicht so dass bei blizzard sich irgendwie die und bei blizzard ist ja auch offensichtlich einiges im argen weil die spiele kommen nicht raus werden verschoben und das und das oder naja ist ja auch egal und take two die selber erstmal zwölf milliarden aus dem ärmel schütteln und dann gta haben ich glaube die die haben zwar niedriger marktwert aber die haben auch keinen grund sich kaufen zu lassen bei den anderen keine ahnung natürlich klingt es nicht verkehrt eine konsole zu haben wo man alle spiele freit unter einem hut hat aber es ist ja auch irgendwie der reiz der verschiedenen systeme sie zu haben die alle für sich sprechen warten wir mal ab wohin die reise zukunft gehen wird vor allem wie sich das machtverhältnis entwickeln wird ja ich meine du bist ja selber fleißig mit bei der diskussion dabei ich habe da gar keinen bock mehr rauf weil diese ganzen oh gott weltuntergang alles ist furchtbar microsoft ist böse es wird alles ganz schlimm enden und der game pass ist sowieso scheiße weil ich ja nicht in der lage bin mich auf mehr als ein spiel auf einmal zu konzentrieren oder weil mir spiele als prinzip viel mehr spaß machen wenn ich viel geld dafür ausgebe statt dass ich sie billiger kriege übrigens den einen punkt genau den habe ich zwei schon vorher noch jemand gesagt ob es jetzt das spiele wirklich das eine medium sind aktuell wo es kackegal ist ob sie von einer blu-ray installiert wurden oder als download ist es eins zu eins das gleiche bei musik kann man was anderes sagen bei filmen auch mit den bitraten und so weiter und so fort wobei mir auch gesagt wurde bei musik wenn man mit flack arbeitet dann ist wie das gleiche aber egal ja also wenn jetzt dann der film tatsächlich call of duty auf der playstation last was in dem fall tatsächlich ich hätte es auch am anfang gesagt na never aber wenn man natürlich überlegt dass er call of duty auch inzwischen zwei oder drei gleisig fährt mit warzone und dem normal anderen multiplayer shit und dann eigentlich nur mehr oder weniger der offline single player modus noch premium ist äh und bei call of duty weiß ich auch gar nicht ob da so viele leute wert drauf legen also ich habe den eindruck dass die leute bei halo mehr investieren in die story und die kampagne wie jetzt bei bei dem beliebigen call of duty der letzten x jahre was ich auch durchaus nachvollziehen kann ähm schauen wir mal ich würde zum beispiel mir vorstellen ich kann mir schon gut vorstellen dass diablo 4 dann xbox exklusiv wird das glaube ich zum beispiel bei bei overwatch glaube ich auch wieder nicht weil da das ganze mit crossplay und so ja irgendwie und man kann doch irgendwie overwatch 2 mit overwatch 1 zusammen spielen dann bla bla und zeug und ach weiß der henker ähm ja gucken wir halt mal also ich finde schon auch krass wobei natürlich auch viele leute ignorieren wir wir auch stückweit alle dass da king mit drin steckt und die mit ihrem candy crush dass das ein wahnsinniger geldesel ist und dass das vielleicht auch deswegen alle also nicht nur vielleicht ganz als ich auch deswegen die summe so hoch ist ähm mei warten wir es ab äh ich finde mehrere konsolen ich also ehrlich gesagt ich könnte damit leben wenn alles in einer wäre persönlich ich meine schauen wir doch mal auf streaming jetzt haben wir hier amazon netflix disney irgendwann kommt es noch paramount plus und peacock und noch drei andere die apple tv plus ist das geil ich meine die sind unterm stich immer noch alle billiger als ah ja hbo natürlich weil die bei sky gefangen sind äh letzten endes hat jeder ein bisschen was aus einem interessiert und man muss alles haben und es ist lästig ah ja stimmt außerdem gibt es natürlich noch join plus und rtl now wo auch serien drin stecken an die man sonst in deutschland nicht rankommt es ist ein geficke ähm da ist mir sowas wie ein spotify wo ich gefühlt alles finde ist mir einfach persönlich lieber man kann jetzt natürlich streiten ob da ein monopol gut ist das ist normal nicht klar aber ah mei wie soll ich sagen beim fußball ist auch ein beispiel übrigens wo ich war auch denn gedacht habe äh das kartellamt hat seinerzeit bestimmt dass nicht ein sender alles haben darf was haben wir davon gehabt was habe ich als kunde davon dass ich jetzt inzwischen drei sender auf einmal brauchen dann für drei einzeln zahlen muss dass ich früher habe ich bei sky alles bekommen jetzt muss ich das so noch dazu haben und amazon auch noch wahrscheinlich wegen dem einen live spiel von der champions league irgendwie ja es mag wie gesagt kurzsichtig sein und alles und oh gott und die armen sammler das ist natürlich auch was und die zukunft aber ich lebe halt doch mehr im jetzt wie in der vergangenheit und in der zukunft wenn sich wenn wir in fünf jahren alle nicht mehr spielen können weil alles nur noch ganz furchtbar ist dann entschuldige ich mich ja auch gerne bei den ganzen ewig gestrigen quasi aber ich sehe es nicht kommen es ist noch nie was wann ist denn schon mal so schlimm gekommen wie man wie wie immer geungt wurde in so nichtigkeiten jetzt hier mit spiele es ist halt ein hobby immer noch für mich ist auch ein beruf aber für die meisten leute ist ein hobby aber naja schauen wir halt mal also ich ich mache mir jetzt nicht die großen kopf dass da jetzt alles am ende ist weil ich meine microsoft hat viele fehler gemacht aber sie haben auch viel daraus gelernt offensichtlich also wir werden es sehen ich glaube es eigentlich nicht ich glaube es hat noch mal jemand gefragt aber falls mir bis dahin noch was neues einfällt kann ich ja noch mal ein bisschen rumschwallen narita bäuer am wochenende durchgespielt das ist übrigens wie wir ja wissen ein gamepass spiel und deswegen kann es keinen spaß machen ja ich da er dachte am anfang noch meine wertung meine hier käme ihm etwas hoch vor weil wie geschrieben die steuerung fand er nicht so griffig und so cool der stil ist die level an sich haben sind anfangs weniger ausgetüftelt naja jetzt am anfang soll es ja auch ein bisschen zugänglicher sein aber ab der zweiten hälfte hat ihn das spiel dann doch richtig gepackt tolle ideen weniger gehopse dafür mehr anspruchsvolle kämpfe die aber nicht frustproben aller dark souls werden und besonders die story die richtig tiefsinnig wird fesselt ihn ans pad ist schon gespannt auf das nächste projekt der macher das nächste projekt müsste ja eigentlich eine fortsetzung sein du hast ja den schluss gesehen dann denke ich wobei ich nicht ganz sicher bin ob ich so überzeugt bin von dem was das andeutet ob ich dann noch so scharf drauf bin aber wir werden es sehen es wird ja wahrscheinlich eh noch länger dauern ja sage ich ja tolles spiel da muss ich nochmal einhaken dass mich das echt wahnsinnig macht der eine ja auch als ich game pass hatte habe ich viel weniger gespielt als jetzt wo ich endlich wieder viel geld für jedes einzelne spiel ausgebe und das ist für mich ist immer diese ganze mit ein spiel wo ich geld ausgebe da befasse ich mich mehr damit das ist richtig aber wenn das spiel gut ist alles schön wenn es nicht so toll ist warum mache ich es dann weil ich ja quasi von mir rechtfertigen muss ich habe das geld ausgegeben das ist sich über schön reden nennt man sowas und wenn andere so viel im game pass ich weiß nicht was man an was ich anfangen soll also das problem kenne ich ich kann das nachvollziehen aber mei dann das wäre so wenn ich sage es gibt so viele spiel zu kaufen welches kaufe ich denn jetzt noch das da ist doch genauso anwendbar warum ist es komischerweise einfacher geld für ein spiel auszugeben statt sich vorzulegen welche spiele ich jetzt spiele von dem wo ich kein extra geld mehr ausgeben muss es ist alles so ach ich weiß auch nicht naja ist halt so gut fragen bin ich ein zahnpastetuben ausquetscht oder wenn nach ein paar mal drücken nichts mehr kommt muss eine neue tube ran also bei uns im haushalt hat sich inzwischen etabliert dass man die tube aufschneidet und dann halt so noch raus löffelt aber ja mein gott kann man machen ich würde sagen nein also mit letzter gewalt würde ich nicht das letzte rauskitzeln wollen man kann es auch übertreiben aber natürlich zu viel wegschmeißen will man auch nicht weil man es ist auch nicht wobei ich das ist auch so eigentlich so absurd irgendwie weil es ist ja nicht dass die weniger wade in ihre tube packen können somit mehr kohle machen die wade ist ja drin ich kriege das schlecht raus naja wusste ich dass pringels zu kellogg's gehört hat es diese woche erst mal gelesen und war etwas verblüfft da 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 dem wohl schon sehr lange der fall ist mag sein dass ich es mal gelesen habe aber so bewusst dauerhaft im hinterkopf habe ich das dann nicht gehabt ich bin wahrscheinlich habe ich sogar mal gelesen ich habe so vage in erinnerung dass ich schon wusste aber vielleicht halt auch nicht aber es ist jetzt auch nicht so die ganz große verblüffung wenn man mal man weiß wie soll ich sagen man weiß ja schon wenn man ein bisschen so konsum mäßig schaut und und kennt dass ganz viel dass quasi ein halbes dutzend firmen ganz viele brennen also marken besitzt und da ist halt auch vieles dabei und in dem fall haben wir ja noch pringels und kellogg's sind ja beide lebensmittel also da oder halt ja doch lebensmittel man kann sie essen ja aber nein wissen sie ja nicht was sagen eigentlich meine älter dazu dass fremde leute mir öfters mal essen und trinken schicken ja die wundern sich noch deutlich mehr drüber als ich so ist es nicht ja ich meine es ist ja inzwischen tatsächlich wir sind jetzt bei 28 fanpost evisoden ja nicht mehr ein äh ein gewisser klingt blöd gewöhnungseffekt hat eingesetzt also meine älter wundern sich jetzt dann auch nicht mehr dass mal wieder was kommt ähm die denken sich halt oh ja verdammt jetzt habe ich nicht aufgepasst jetzt hat es ein download zerrissen oder habe ich noch gerettet äh ich habe gerettet gut puh äh ich mache nebenbei am anderen rechner auch noch was was mir auch ein bisschen ablenkt und just habe ich jetzt gedacht ich habe es verpennt weil ich muss sachen wo runterladen was ewig dauert äh aus vielerlei technischen gründen und da ist halt und die verbindung bricht ab und zu ab und wenn man sich rechtzeitig wieder anschaltet dann ist das dann ist es wenn man sich rechtzeitig wieder aktiviert dann geht es weiter an der stelle wo man war so ungefähr aber da muss man halt aufpassen und ich habe jetzt gerade fast beinahe nicht aufgepasst egal also jedenfalls ja äh die wundern sich schon immer ab und zu zeige ihnen was drin ist dann wundern sich noch dann wundern sich teilweise noch mehr aber mei es ist halt ein liebgewonnenes ritual für uns alle also für mich und äh für euch offenbar auch deswegen freuen wir uns doch alle ja und dann schon mal ein erholsames wochen in dem harten und fischen kern in dem 70 milliarden dollar oder ich wünsche der tokio ja danke gleichfalls 70 milliarden hält schon was er hat aber noch eine mail geschrieben ne ein paar dage später noch mal er noch mal diese wolf vergisst die news zu microsoft activision vollkommen unwichtig zu sehen was er heute gehört hat ich habe gelächelt ich lese jetzt hier vor er hat in seinem standard edeka ist er zur getränke ecke um eine flasche schwirpschraub einzusagen er musste feststellen dass keine mehr da waren verdutzt stellte er fest dass auch keine pepsi receipten ab da war und dort wo die flaschen normalerweise stehen waren die fächer anderweitig gefüllt und dann mit den edeka eigenmarken er hat darauf eine frau vom personal gefragt wo denn die ganzen pepsi getränke hin sind sie meinte edeka und pepsi liegen im clinch deswegen hat man das pepsi sortiment alles was dazugehört aus dem sortiment genommen ja wie immer geht es ums liebe geld pepsi will mehr edeka will nicht mehr zahlen sie müssen den preis im markt erhöhen dasselbe wohl bei hohe sc und punica und selbst körperpflege von l'oreal erst jetzt mal gespannt was sich da am ende durchsetzt muss er wohl oder übel sein rewe aufsuchen um in schwirpschraubgenuss zu kommen bleibt nur so offen dass die es nicht edeka gleich tun eher nicht wahrscheinlich aber tatsache ist ich wusste das schon länger weil ich es auch mal das hat mir mal irgendwie ein news ticker in reingespült dass da der zoff da ist das war schon vor fast zwei monaten und ich habe mich immer gefragt wann wann es jetzt wohl passiert weil ich kurz vor jahr ja wann war ich das letzte mal im edeka hier ist schon ein bisschen leer also aber noch vor jahr des wechseln glaube ich oder war ich diese dann habe ich mir gedacht naja noch ist es ja drin mal schauen was los geht also scheinbar jetzt im januar ja das wusste ich und edeka ist der einzige konzern der es mal wirklich hardcore durchzieht das haben sie auch schon mit ah was war es ja mit eben wahrscheinlich punica und hohe sc genau äh und das ist bis heute angehalten dann habe ich irgendwo gelesen mit coca cola hätten sie sich auch angelegt und das das verblüfft dann die leute weil wenn man sich äh mit mehr als einem konzern aus einem segment anlegt ist es ungeschickt weil eben wenn pepsi rausfliegt stelle ich halt coca cola hin das geht dann schon noch aber wenn aber beides fehlt dann werden die leute argwöhnisch schärf noch ja ist es so also übrigens bei dem ganzen da lipton gehört noch zu pepsi zum beispiel und äh ich glaube rockstar sogar also entweder rockstar oder monster eins von beiden gehört zu pepsi da dürfte also auch nichts mehr in deinem edeka sein von diesen zwei eins von diesen beiden ja ist blöd stimmt schon vor allem wenn man vor ort relativ wenig supermärkte hat hat und deswegen tja ist das so also ich finde es auch krass und dass da halt wirklich mal schauen ob sie sich einigen ich würde nicht darauf wetten weil eben äh die orangen säfte gibt es bis heute nicht wieder und das ist deutlich länger schon her dass sie die geäxt haben wenn ich es richtig im kopf habe aber gut äh ja mal gucken ist schon krass was ich aber dafür die woche gelesen habe also mich hat es nie tangiert ich habe nie die mail bekommen vielleicht hat das nur briten an sich betroffen amazon uk hat ja angekündigt hat dass wir ab dem 20 januar keine visa karte mehr akzeptieren und ich so äh das ist blöd wie soll ich dann bezahlen und das haben sie jetzt zwei tage vorher haben sie sich irgendwie nebulös äh drauf geeinigt dass jetzt erstmal nicht eingestellt wird wer da jetzt gezuckt hat unter umständen das weiß keiner aber das ist natürlich für uns sicher kein nachteil ob es ein vorteil ist weiß ich natürlich auch nicht aber ähm ja ich wäre immer ganz zufrieden wenn mich amazon äh wieder sachen kaufen lassen würde die ich kaufen will als kunde bis dato ist es aber ein bisschen schwierig äh geil ich habe gerade eine e mail bekommen dass ich ein review muster bekommt dass das quasi zu früh verschickt wurde und dass ich bitte auf den patch warten soll das spiel kommt am anfang februar also nichts wichtiges das kennt ihr nicht ähm also äh ja das muss man auch erstmal schaffen vor allem weil ich den gestern oder vorgestern ich habe das ding noch nicht gestartet na dann lasse ich es halt erstmal noch soll vielleicht sein ich habe genug andere sachen zu spielen das gibt es ja wohl nicht aber meine berühmte freitag e mail könnte jetzt mal langsam kommen wobei noch ist es früh genug dass ich mich nicht wundern muss dass er noch nicht da ist ähm ja das ist mal ein knaller sowas ja äh ja ja wo war ich ich habe den faden gerade verloren entschuldigung aber äh ja genau amazon uk ähm nämlich nächste woche kommt ein feuer spiel raus wo ich gerne verpackt hätte und das ist da bis dato nicht da bestellbar das war beim letzten mal ja auch schon so nach zwei wochen haben sie es dann doch erlaubt deswegen muss ich jetzt abwarten ob es dann doch geht aber mal abwarten also man im gegensatz zum anderen wo es mich schon mal gepiesackt hat hat es weder amazon frankreich äh sparen hat es gar nicht gelistet und frankreich sagt ja erst im märz da wundere ich mich auch drüber weil wieso und weshalb weil das kann eigentlich nicht stimmen aber guck mal beim net games der wird es mir wahrscheinlich auch organisieren können wenn ich ihn fragen würde aber momentan warte ich das ab weil eigentlich müsste ich ein testmuster digital bekommen dann kann ich mir zeit lassen das ist so das ist dann reines sammeltum so für leute die sich noch aus ins regal stellen wollen das also ich stelle mir auch mal manche sachen kann man ja auch beim unboxen sehen schweingram auf switch zum beispiel kaufe ich auch noch obwohl ich es nicht bräuchte weil ich es schon habe wahrscheinlich oder auch nicht oder weil es einfach kacke ist ja also das phänomen an sich verfolge ich schon noch aber naja es ist gerade wieder auch jahre aus japan unterwegs wo ich mich auch damit befassen möchte und bei dying light werde ich mir wahrscheinlich einfach aus aus nachvollziehbaren gründen auch noch eins ins regal stellen wobei da ist noch offen ob und wie und was aber mein gott finde ich auch übrigens wer es gesehen hat wir haben ja werbung laufen auf der webseite das hat mich auch überrascht und die führt einen ja auch auf amazon wo man wo man tatsächlich jetzt einfach also eigentlich unterm strich hat sich genau nichts geändert man kauft halt die pegi version und zahlt die 5 euro strafporto die hat man vorher sicher hätte man sonst sicher auch gezahlt weil es ja auch ein 18 spiel gewesen wäre ja also es ist schon ich weiß ich weiß nicht wer die werbung geschaltet hat das müsste ich mal nachfragen aber das könnte ich euch dann eh nicht verraten das ist ja dann top secret aber schon kurios naja egal gut nächstes mal e-mail ist der gute dominik der dieses mal wieder eine e-mail sprechen lässt statt taten oder pakete der meint hallo und guten tag ruhig und gefährt schön dass sein asia paket so schnell und sicher angekommen ist das fand ich auch schön dass das so stressfrei ging haben wir ja auch schon andere sachen erlebt er ist mittlerweile zweimal die woche in dem asia go laden um sich snacks und getränke zu kaufen da entdeckt man immer was neues der ist auch nicht gerade klein das war mal vor ein rebe markt also da kann man sich schon vorstellen wie groß das ist richtig ich würde sagen 600 quadratmeter das ist ziemlich groß erhofft der laden bleibt noch lange bestehen wenn er außergewöhnliche dinge entdeckt berichtet er natürlich gerne bin immer interessiert und er hat auch da ziehe ich jetzt mal die fotos machen nachher noch hat fotos mitgeschickt so innen an sich das ganz lustig kommen wir noch zu ich habe auch tatsächlich jetzt mal gegoogelt ob es in augsburg zumindest also hier in merken natürlich nicht in augsburg sowas auch asien supermärkte gebe weil diesen go asia asia go den gibt es ja hier nicht aber ich habe dann darauf vier oder fünf treffer gefunden die ausschauen als ob sie vergleichbar sind also auch eine gewisse mindestgröße erreichen dass das sortiment auch interessant sein könnte da wäre ich mich mal aufraffen und hinfahren momentan bin ich halt zum einen ein bisschen faul zum anderen wenn man so die die immer neuen rekordzahlen anschaut ich bin halt auch nicht so ganz scharf drauf jetzt auch viele leute zu treffen aktuell wobei in so einem supermarkt sind wahrscheinlich gar nicht so viele leute aber und aber ich müsste ja nach augsburg fahren und das ist dann auch die liegen auch dummerweise nicht unbedingt an den ortsteilen von augsburg die jetzt am nächsten an mehring dran sind da wäre ich also länger auch unterwegs aber mal gucken werde ich mir sicher auch mal geben einfach weil ich sowas mal gesehen haben muss und ob ich dann auch groß zuschlagt muss man mal abwarten weil wie gesagt mein mein stapel der der ess und trink schande in anführungszeichen ist schon gar nicht mal so klein er konnte jetzt den neuen matrix film vier matrix vier film genießen in anführungszeichen meine güte ist der scheiße selten eine so schlechte er nennt es mal fortsetzung gesehen alles was der urfilm so grandios auf die leimung gebracht hat an ideen und effekten wird mit örtlichen füßen getreten neo sieht aus wie john wick und wirkt wie ted in manchen szenen ja gut das hat er aber im original auch am anfang der herr anderson naja egal es war teilweise sogar wie eine parodie einfach nicht anschauen seit dem letzten terminator nicht mehr so ein arschschritt an eine franchise erlebt ja da gehen die meinungen ja ordentlich auseinander ich kann es nicht einschätzen ich werde ihn vielleicht irgendwann mal sehen aber momentan juckt es mich nicht so dramatisch fragen was ist meine meinung zur matrix unreal demo nach dem film hat er keinen bock mehr auf ein matrix spiel ja gut den inhaltlichen komponente die tangiert mich jetzt natürlich weniger aber ich muss sagen mich hat es nicht geflasht ja toll ganz tolle reflektionen und viele details und charaktere aber ich bin halt jemand der der möchte halt gerne ein flüssiges spiel spielen und das ding hat ja nicht mal die 30 sauber gehalten auf das ich habe es auf der series ausprobiert ähm und das mal das frustriert mich schon weil das wieder ein anzeichen ist dass mit android engine 5 wieder da landen wo wir jetzt früher immer waren effekte nei scheißen bis alles aus ist und die bildrate irgendwo nicht mehr da ist wo sie sein sollte also schon gar keine 60 und wenn wir pech haben nicht mehr schon wieder 30 äh macht mich leider sehr nicht scharf drauf erstmal ja kenne ich das spiel an metal der metal gear clone ist echt lustig und gut gemacht wahrscheinlich habe ich es getestet und er hat es vergessen ne ich habe es nicht getestet das war steffen aber ja ich weiß was es ist ich wollte es immer endlich mal spielen und habe es bis heute noch nicht geschafft wie so oft halt obwohl es nicht mal im game pass ist deswegen müsste ich mir besonders motiviert sein das zu spielen naja wie gesagt ne ich weiß er hat es hat es ja auch entsprechend gelobt das war glaube ich in unseren ja das top 10 sogar mit drin bei den download spielen und ich mag ja so pixellook und alles ja cobra kai staffel 4 war klasse das würde ich so unterschreiben bis halt auf die erste folge die mich so komplett rausgenommen hat was ich immer noch nicht ganz verstehe warum eigentlich aber ja und ja und die eskalation ist ein bisschen hier und da ein paar charaktere ein bisschen komisch und und vor allem dass sie halt teilweise abtauchen über folgen und dann wieder doch und hm und was aber gut sie haben ja die fünfte stafel ist ja schon abgedreht ich hoffe mal dass sie nicht wieder ein jahr warten wie hat mir terry silver gefallen er ist schon ein schieser hund meinte aber man mag ihn weil er so ein schwein ist ähm ich habe glaube ich ich glaube irgendwie ich habe karateki 3 damals nicht gesehen ich habe glaube ich scheinbar wirklich nur den zweiten gesehen wie ich jung war ist komisch ähm deswegen habe ich keine große terry silver äh wie soll ich sagen nostalgie erinnerung und ja ich finde er macht sich ganz ordentlich aber ich muss sagen dass ich also mir ist crease lieber der äh was heißt lieber ich finde den irgendwie ich finde den interessanter und der der ist jetzt momentan ist er jetzt hinten aus mir die die schürklichkeit ein bisschen zu zu äh schürkiges mastermind gedönsen nicht differenziert genug irgendwie aber schauen wir mal also hat auf jeden fall ja hat sich auf jeden fall gut eingefügt ich habe übrigens das cobra kai spiel auch die tage mal ausprobiert und muss sagen ja man kann schon spielen aber unbedingt gebraucht hätte ich es dann wohl doch nicht ne egal habe ich oh tolle interessante e-mail habe ich Interesse an der Witcher Serie äh in der Theorie ja in der Praxis habe ich die ersten paar Folgen angeschaut und dann beiseite gelegt und seitdem nicht wieder reingefunden ich habe ein bisschen ich meine die hängt ja am Buch und nicht am Spiel ich vermisse halt ein bisschen die die also ähm der Henry Cavill der macht das sehr gut finde ich den den Barden ja mei der ist halt da äh ich meine Siri kommt ja gefühlt zu dem Zeitpunkt noch kaum nimmt man kaum richtig wahr ähm wie heißt die Roteige ich habe es vergessen die spielt ja glaube ich gar keine Rolle und die äh Jennifer die ist halt am Anfang also die die irritiert mich ein bisschen die Stimme ja auch da kann die Frau natürlich nichts dafür dass sie so so ein Stimmchen hat aber es hat mich ein bisschen irritiert ja ich weiß auch nicht also ich müsste mal wieder tatsächlich mit mit ein bisschen Engagement nochmal reingehen also ich ich lehne es nicht ab aber ich bin jetzt auch nicht so dass das ganz hoch auf meiner Prioliste steht ich habe vorhin mal tatsächlich den Trailer zur Cuphead Show zur Fernsehserie jetzt noch Zeitricks Serie angeschaut und habe mir gedacht das schaue ich wahrscheinlich eher an also sie spielen mal wirklich Spiel aber das ist schlecht er hat dann noch die erste Staffel von Mandalorian geschaut und war ganz gut unterhalten warum hat mich die Serie verloren die war halt einfach weil ich bin halt kein großer Star Wars Fan ich habe halt die Filme angeschaut ja ich habe also die Originaltrilogie die 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 Prequel waren Blech und die Sequels ich habe sieben fand ich persönlich ganz ganz unterhaltsam wahrscheinlich weil er halt New Hope nochmal war der achte den fand ich total kacke der hat mich überhaupt nicht unterhalten der war einfach langatmig hin und her ganze Story Segmente die irgendwie völlig sinnlos waren oder atypisch und dann mei Charaktere die mir nichts geben ohne jetzt halt in diesen Gamer oh Gott die Frau ist nicht sexy und bäh alles scheiße das hat mich das ist mir wurscht aber es war einfach nicht interessant für mich was da ablief den neunten habe ich dann gar nicht mehr gesehen seitdem und die Spin-Offs auch nicht also ich habe Münderleur hineingeschaut mir gedacht ja ganz nett aber es war halt auch so langatmig da passiert nix warum soll ich mich mit dem was soll ich mich für den interessieren ach ich weiß auch nicht Boba Fett habe ich ja die erste Folge auch noch nicht geschafft da habe ich glaube ich letztes Mal mich darüber ausgelassen so ja wenn man den Helm halt abnimmt dann ist er irgendwie einfach menschlich Boba Fett es kann mein Gott ich weiß auch nicht ich habe übrigens auch tatsächlich bis heute Hawkeye nicht angeschaut auch nicht das weil ich aus dem Prinzip dagegen bin sondern weil es mich irgendwie einfach nicht mehr so recht gepackt hat mich motiviert hat momentan Discovery habe ich auch hängen lassen jetzt ist ja wie war es Picard glaube ich im März los und im Mai was ich sehen möchte ist Strange New Worlds da geht es bloß auch wieder wo kann ich es überhaupt anschauen Paramount Plus ja danke super und Peacemaker läuft jetzt eigentlich Peacemaker bei uns offiziell irgendwo jetzt muss ich gerade mal kurz gucken ich muss nochmal Suicide Squad endlich anschauen fällt mir dazu ein Peacemaker also nachdem wer streamt ist die Serie nicht mal im Sortiment hat kommt offensichtlich nicht ich habe gedacht HBO Max Inhalte kommen gleich auf Sky scheint nicht der Fall zu sein ach ja egal ja gut Amiga 500 Mini vorbestellt ja weil geschenken wird man keiner deswegen muss ich ihn kaufen dann kaufe ich ihn halt weil einfach aus Prinzip und weil ja ein paar gute Sachen sind und wenn das mit dem WHD Load wirklich so gut funktioniert dann habe ich tatsächlich auch direkt Bock drauf mal ein paar mehr Sachen auszuprobieren wieder einfach so Nostalgiegründe ja klar warum nicht wird ja schon klappen ist mein Zimmer oder das Haus Video überwacht ist ja so ein Trend irgendwie das möchte ich dir jetzt nicht beantworten das könnte ja Indizien geben ist das ein Trend ist mir völlig neu muss ich zugeben ist egal werde ich das neue Kirby Spiel testen ähm ich vermute mal nicht also nicht dass ich es nicht könnte und dass ich nicht Bock auf das Spiel habe aber der Kirby Groupie schlechthin ist der Schmied eigentlich äh da weiß ich nicht ob der ob der wie soll ich sagen relevant genug von Nintendo ist um ein eigenes Testmuster zu kriegen es kann auch sein dass ich dann das Reaktionsmuster da durchreichen muss hängt auch ein bisschen davon ab wie es vom Timing vom Timing her ist es egal aus verschiedenen Gründen das wäre glaube ich kein Problem aber ja schauen wir mal ne also eher nicht aber ich bin schon davon ich bin schon interessiert für ich bin jetzt nicht der ganz große Kirby Group ich habe diverse Kirby Spiele getestet in meiner Karriere besitze ja auch viele nicht alle sicherlich aber doch einige davon ja mal gucken wäre der Analog Pocket für mich interessant da läuft ja auch mit Roms oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich habe mich gar nicht mit befasst ich würde jetzt ehrlich gesagt fast vermuten das nein aber ich will nicht ausschließen dass es doch geht keine da ganz ehrlich keine Ahnung ich meine er würde wahrscheinlich mit so den Kopierermodulen von damals funktionieren das müsste eigentlich weil er ja eigentlich wie ein echter Gameboy funktioniert und dagegen die Teile ja auch aber ne es ist ein cooles Ding und alles aber Punkt 1 man kriegt es ja eh nicht vor 2023 frühestens wenn man es jetzt noch will zweitens kostet es ordentlich Geld und so ne ich bin ich mag Handhelds immer noch aber es ist nicht genug Nostilie und auch ich habe auch gar nicht dass ich jetzt und Zeit und alles dass ich den unbedingt haben müsste also wenn jetzt mal eine Mini-Konsole von Nintendo mit 30 coolen Gameboy spielen das würde ich einfach aus dem wieder also stimmt das Game Gear Micro den habe ich nicht der weil der ist der überschreitet die mache ich aus Gaudi Grenze ganz deutlich aber egal ne also ich glaube nicht weil mei einzuhaben wäre schon cool aber ich also diese ganzen sei es jetzt die sei es Polymega oder die ganzen Analoggeräte mit denen man Original von damals super toll spielen kann ich bin halt das sind halt genau die Ära wo es mich nicht juckt ich habe keine 68-Bit-Spiele dass ich kein Gerät brauche um es echt abzuspielen wenn ich es mir wirklich anschauen will dann reicht für mich reicht ein Emu dann quasi wenn ich wirklich mal was anschauen wollen täten müsste sollte aber naja egal schönes Wochenende Grüße der Dominik danke gleichfalls dann gehen wir zu den Fotos eben Fotos der Asia Go so schick sieht der Laden aus Tintenfischköpfe sind auf der linken Seite zu finden also auch Frischware ja es sind halt ein oben hängender Haufen so diese typischen Asien Lokallaternen ja es ist schon cool das ist halt wie ein Supermarkt bloß halt mit interessanten Sachen so ganze Regale voll mit Tüten und Zeug und dann meint er auch noch ist dein Kaffeegetränk nicht etwas an der Zielgruppe vorbei er hat ja nämlich abgebildet Cold Brew Americano warum es Americano heißt und ich bin ehrlich erschüttert dass du nicht die Signifikanz dieser Dosen erkennst dass das natürlich absolut perfekt für die Zielgruppe ist das ist nämlich mit BTS Sponsoring Deal da sind BTS Members drauf BTS ist die K-Pop Boy Group schlechthin globale mega super Stardom es gibt ein ganzes Songpack bei Beat Saber von diesen Typen und es gibt man hat Fanmagazine hier Deutsche kaufen können und Zeug also so ungefähr der eine wenn ein Mensch der keine Ahnung von K-Pop hat irgendwas von K-Pop mal gehört hat dann hat er von BTS gehört und demnach ist es natürlich super wichtig das ist das Zielgruppen affin dass es kracht ich meine ob ich jetzt einen kalten Kaffee trinken will ist die andere Geschichte aber doch doch den Preis sieht man leider auf dem Foto nicht doch 4 Euro für eine Dose yo also wenn die anderen Sachen die du mir geschickt hast in ähnlichem Preis klasse sind dann hast du mal ordentlich Geld investiert man dankt nochmal hier herzlich dafür aber 4 Euro für eine 270ml Dose boah leck also da das ist schon krass und dann soll nochmal einer über Red Bull schimpfen das das ist krass also wenn ich jetzt annehmen würde alle Ware in so einem Supermarkt das ist so hochpreisig wegen halt der Herkunft dann fragt man sich natürlich schon von was die leben können weil das übersteigt dann doch die die casual Mitnahme Preisklasse schon irgendwo aber vielleicht sind die halt auch besonders teuer weil sie eben BTS ist weiß ich ja nicht und dann haben wir natürlich noch den erotischen Witz der Woche hier hat er Frauen die Bier trinken so sie machen es richtig da sieht man Dürnzelträgerin auf dem Oktoberfest quasi jawohl mit von oben gefilmt damit man auch tiefe Einblicke genießen kann und Simon ist falsch ist dem aber auch egal sagt der ZwinkerSmile das sind dann zwei Bikini Mädels die dann da so in einem Trog innen auf einem Trog sitzen und sich das Bier über den Ausschnitt kippen fantastisch steht das hier ja 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 okay gut dann wir nähern uns dem Finale das ist doch länger als ich es gedacht habe passt schon äh der Düsi rührt sich hier meint heute mal ein Quickie ist viel los irgendwie meint er macht nichts kann ich verkraften glaube ich können wir kriegen wir hin bei fortzureisen 5 konnte man nach dem Schaudern der Buggy das Biest in der Arena zwei Minuten oder so mit einem Monster Truck Pylonen umfahren und Stunts machen jetzt muss ich ehrlich sagen dass ich den Zusammenhang wieder vergessen habe wieso man da drauf kommt aber ja jetzt wo du sagst ich erinnere mich dran man kann es ja nochmal neu starten äh ich glaube das braucht man nur um ein paar von den Accolades mitzunehmen weil Spaß hat das nicht gemacht in meiner Erinnerung achso ja richtig Monster Trucks sieh das ist jetzt wieder also quasi ein bisschen mehr warum ich nicht unbedingt einen Monster Truck brauche wie gesagt wenn du sowas magst dann stand da den mit Monster Trucks kauf dir eins der scheiß THQ Monster Trucks spiele das scheiß Narcon ah ne die Narcon spiele haben es glaube ich nicht und dann dann wirst du es nicht mehr spielen wollen glaubst du mir die Serie Dexter New Blood ist auch sehr gut quasi eine Miniserie nach 10 Jahren der Originalserie ähm ich hab tatsächlich Dexter nie gesehen mir ist die Bedeutung von Dexter ist mir bewusst ich weiß auch dass Dexter ein ein Finale hatte wo berühmt dafür ist dass es alle furchtbar scheiße fanden ähm aber mein Gott wie gesagt ich hab keine Affinität zu der Serie dass ich mir jetzt dann ein 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 Sequel anschauen müsste bei bei Karate Karate Kid kannte ich ja immerhin Teile und natürlich Karate Kid ist halt auch ikonisch aus der Jugend und nicht halt egal aber ja ich hab das gelesen Activision Blizzard wow was ist meine Meinung dazu was kauft Microsoft als nächstes EA naja wie gesagt da haben wir vorhin schon ich kann jetzt leider auch nichts nochmal was neues kluges aus dem Ärmel schütteln äh mal warten wir's ab was passiert also ich glaub also ich glaub nicht dass jetzt nochmal jemand in ähnlicher Größenordnung so schnell kaufen Sony wär interessant aber da wüsste ich jetzt halt auch nicht wehen ich mein Square Enix geistert ab und zu guck mal rum aber vielleicht arbeitet Sony halt auch weiter einfach mit Deals ich meine die Final Fantasy Spiele haben sie ja sich offensichtlich dealtechnisch gesichert warum sollen sie das ganze Firma noch kaufen aber naja mal gucken Gunter WTF die WW dreht doch voll durch das wäre Walter nicht sonderlich das wird Walter nicht sonderlich gefallen denkt er also für Leute ohne den den Background Walter ist ein österreichischer Wrestler der halt Walter heißt in Großbuchstaben weil dann so quasi wie halt in Japan wo Großbuchstaben irgendwie Status Symbole sind nenn ich das einfach mal und der halt eher so mehr sein Gimmick jetzt der war jetzt bei NXT UK primär ja und da war er halt Rekordtitelhalter und sein Gimmick war der Stall der Stableys Imperium mit ein paar anderen deutschsprachigen Mitgliedern Südtirol und Deutschland und ich überlege gerade ja der andere ist auch Deutschland ähm ja und und Axel Dingsons wie ist er Alexander Wolf den sie ja gekriegt haben schon vor einer längeren Weile ähm und das war halt Imperium so die Mathe ist heilig war so ungefähr dass sie die Leute sind die halt die Ernsthaftigkeit des Wrestlings vertreten aber halt ohne jetzt cartoonhaft zu sein egal jedenfalls waren gut und jetzt hat er halt quasi äh jetzt ist er halt nach doch nach Amiland gegangen ist jetzt war schon Mainroaster oder gell Smackdown ja klar NXT 2.0 macht ja keinen Sinn äh und jetzt ist er umbenennt in Gunther warum auch immer völlig spannend es ging ja um dass sie Gunther Stark machen wollten das dumme ist nur dass irgendjemand nicht bemerkt hat dass es wohl einigermaßen namhaften Nazi gab der Gunther Stark heißt jetzt heißt er halt nur Gunther und das Trademark habe ich vorhin gerade gelesen haben sie jetzt gecancelt für Gunther Stark naja ähm es ist völlig Banane ich habe keine Ahnung was das soll außer natürlich dass Walter den Namensrecht der in seinem eigenen Namen hat und Gunther natürlich nicht das ist also sicher der einzige Grund dass es ihm nicht gefallen wird ich nehme mal an er wird sich das schon ordentlich bezahlt lassen haben der der kam mir von dem was ich von dem so gelesen habe immer als relativ pragmatischer Mensch vor so nach dem Motto er wäre eigentlich gar nicht nach äh er bleibt freiwillig lieber hier in Europa weil er keinen Bock hat dauerhaft nach Amerika zu ziehen ähm also kann ich mir nur vorstellen dass er das genug Geld bekommen hat dass er das hingeht und dass ihm das dann auch egal ist weil er ja weiß dass er bei seinen echten Fans genug Status hat und dass es dann kackegal ist wenn er da mal anders heißt dass die ja also ich 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 kann es nicht wissen Olaf wüsst vielleicht ein bisschen könnte sich vielleicht eher reindenken weil er mit dem ja auch Interviews geführt hat und sonst wo wegen WXW und dieses und jenes aber da bin ich auch ja komplett raus aus der Szene ähm aber ich das bisschen was ich dazu rein interpretieren kann ist dass ich der Meinung bin der der akzeptiert das also das ist ihm sicher nicht aufgezwungen worden du musst ich glaube dann hätte er einfach gesagt dann halt nicht das ist meine Interpretation aber wie gesagt das ist alles nur Spekulation wer weiß das schon ich nicht schönes Wochenende bleibt alles schön negativ meint der Düsi sag ich danke gleichfalls und springe hiermit zur letzten E-Mail die der gute Max heute eingereicht hat Abend und Fragen Hallo Ulrich meint er er hatte zwei Wochen Urlaub weshalb er viel gespielt hat das war halt seine Priorität ja du musst ja sonst könntest du ja nicht alles durchbolzen leider hat er immer noch keine Playstation 5 ja gibt es andere Leute Fabiola hat jetzt eine siehe an ich weiß nicht wo ihr Freund die her organisiert hat müsste ich es vielleicht mal fragen jedenfalls hat sie jetzt eine da fängt noch gerade ein ist sie jetzt eigentlich noch erreichbar oder nicht warte mal eigentlich schon egal ist jetzt auch nicht aktuell so wichtig aber da wird er bei Strictly Limited Games den Taito Egret Mini 2 die Arcade Selection Edition vorbestellt das ich kann dir sagen ich würde es nicht gemacht also die Frage ist sind dir die paar Gimmicks die dabei sind wie wichtig sind dir die also ist der Soundtrack und dieses komische Buch und die paar Reinsteckele sind die dir so wichtig wenn ja dann okay sonst würde ich nicht sagen bestell es in Japan kostet mit dem Paddle Controller und das Gerät selber mit allem inklusive 60 Euro weniger und bei uns kommen ja dann noch Versand auch noch drauf wobei ich jetzt gesehen habe das haben sie in den letzten paar Tagen geändert Anfang stand dass Porto und Steuern noch drauf kommen das ist interessant so so aha jetzt steht drauf das gilt für Amerika und Europa sind die europäischen Steuern drauf das würde ich sagen da wird es auch nicht ganz so passen weil UK wo man ja bestellen kann ist ja nicht mehr EU die werden wahrscheinlich auch noch zahlen müssen aber das soll nicht mein Bier sein also hier in Deutschland zahlst du nur noch Versand drauf der wohl auch sich in Grenzen halten wird logischerweise aber aber mein Hauptproblem an der Geschichte ist jetzt kann man sich reservieren was du hier reserviert hast ist die Benachrichtigung dass man vorbestellen kann also du hast noch keins bestellt du hast es nur reserviert und musst es noch bestellen das steht ja dabei innerhalb von zwei Tagen muss man dann und nachdem das ja alles limitiert ist könnte man ja potenziell leer ausgehen was ich nicht glaube bei den Preisen und den Mengen aber in Japan hat das Tinker Limit so weit ich es weiß ja in Japan haben wir rosa Knöpfe statt blau aber ich glaube das macht es nicht fett das schaut im Original auch einmal frei aus was soll es also und vor allem in Japan kommt es halt Anfang März raus und man hat es eine Woche später wenn nicht irgendwas Dramatisches passiert was mich jetzt wundern täte Amazon-Lieferungen gehen eigentlich immer gut und schnell und bei Strictly ja steht ja noch kein Termin dran also ist die Frage wann kommt es wirklich raus also es ist nicht auszuschließen dass sie es einigermaßen zeitnah abschicken weil soweit ich mitbekommen habe die Clockwork Aquario ging wohl auch tatsächlich zeitnah raus jetzt zur Veröffentlichung zur Digitalen kamen dann auch die Verpackten schon aber in Europa konnten wir ja nur vorbestellen aber man kann ja auch vielleicht läuft es auch so doof wie bei Turrican wo ein Jahr später immer noch nichts passiert ist also ich würde es da nicht bestellen wenn ich nicht müsste und ich muss es nicht weil es in Japan auch gibt ich habe wie gesagt dann kriege ich halt den Soundtrack nicht wenn das wichtig ist ja also sonst ich würde ihn nehmen wenn ich ihn kriegen würde aber ich brauche ihn nicht deswegen ist mir das Gerät und der Controller sind viel wichtiger kann ich dir nur als Rat geben aber das musst du natürlich wissen was dir wichtiger ist also ich würde es so machen bin auch du hast gespannt drauf weil das E-Grad will ich auf jeden Fall auch haben und das Astro City Mini V habe ich mir auch zur Gaudi bestellt wobei das für mich nicht so die Priorität hat weil ich nicht der ganz große Shooter-Map-Spieler bin aber das E-Grad hat viele coole Sachen drin und auch alleine die die Paddle- und Trackball-Spiele da habe ich schon Bock drauf Fragen werde ich jemals einen fleischlosen Burger essen? habe ich schon es gibt keinen Grund warum nicht ich habe schon die veganen Burger von McDonalds und Burger King ausprobiert die könnte man einmal frei essen die waren auch ganz ganz appetitlich aber sie waren halt nicht so gut wie normale Burger kann ich nur so sagen aber also ich bin jetzt kein aus Prinzip esse ich sowas gar nicht Mensch das wäre blöd das wäre auch blödsinnig ich bin bloß kein Mensch der sagt aus Prinzip esse ich nur sowas also ja jetzt so bei wenn ich mal irgendwo einen Fertig-Burger bei Lidl und Aldi mich anlacht dann würde ich ihn vielleicht auch mitnehmen wobei ich dann natürlich davon ausgehe dass die so ähnlich ähnlich sexy schmecken wie die normalen Fertig-Burger also obwohl die könnten sogar besser schmecken weil es ja kein Fleisch ist sondern pflanzlich und das hält sich vielleicht besser dann keine Ahnung aber nachdem es immer bloß gefühlt immer bloß Buletten gibt und man sich die Burger selber zusammenbauen müsste das ist mir den Aufwand nicht wert um zu experimentieren Wird Microsoft durch den Kauf von Activision Blizzard King den Markt komplett verändern ähm komplett nicht aber sie könnten ihn natürlich stark beeinflussen wir werden es halt sehen also wenn weil es wieder erwarten Call of Duty dann doch irgendwie ganz oder teilweise komplett exklusiv bleibt also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen tollen Download äh Gimmicks Outfits oder Waffen Skins die es dann nur bei Microsoft gibt sondern schon wirklich fundamental das wird schon ordentlich ändern äh die King Leute die King Spiele benutzen werden gar keinen Unterschied merken da bin ich mir sicher äh Blizzard könnte eine Rolle spielen aber ich glaube einfach nicht dass jetzt äh Diablo 4 so ein entscheidendes Produkt wird wie jetzt ein Call of Duty das kann man jetzt gut oder schlecht finden aber so ist es halt aber ja das wird schon ordentlich was bewegen schauen wir halt mal werde ich wieder Jungle Camp anschauen ne äh juckt mich ich hab's jetzt vor Jahren aufgegeben weil mich einfach das die die zum einen die Leute immer weniger mir was sagen natürlich irgendjemand hat gesagt die die interessantesten Leute sind dann meistens dann doch immer die die man auch nicht kannte oder die man erst näher kennenler während der Show das stimmt schon aber wenn halt einfach äh drei Viertel da vom Cast irgendwelche Pseudo-Influencer oder abgelegte Supermodels sind dann ist passt die Mischung für mich nicht mehr ähm aber was auch noch viel mehr eine Rolle war die die Zeitinvestition dass man da einfach zwei Wochen lang abends komplett gebunden ist und dann eigentlich zuschauen muss und das ist mir eigentlich zu viel Aufwand plus RTL hilft natürlich jetzt auch nicht weiter dass die werbetechnisch immer noch strapaziöser werden ich hab vor zwei Wochen eben die die Millionärsgeschichte ein bisschen mitverfolgt dieses Eventwoche hey die 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 Werbepausen die waren so nervig und man hält also das geht mal so auf den Keks nee wär ich nicht und wenn ich mir den Cast diesmal anschaue da ist ja mei der Glöckler der Glöckler ist mir recht egal und sonst ist ja kaum jemand drin der mir irgendwas noch sagt sagt nicht sagt also mei nee da 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 werde ich die Zeit anders entweder verplempern oder sinnvoll nutzen aber ja egal tschüss Wochenende bleibt weiterhin gesund danke gleichfalls und bleibt knusprig meint er okay bleiben wir dann Max gut sind wir durch naja ist doch fast eine Stunde geworden ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht dass es so viel wird aber passt schon jetzt habe ich noch ganz wichtig natürlich die Wettervorhersage für Mehring in der folgenden Woche jetzt hat es tatsächlich geschneit wie letzte Woche angekündigt ein bisschen aber nicht so arg viel was haben wir hier na also Samstag 1 Sonntag 2 2 2 1 4 2 3 4 oh bleibt kalt aber Schnee soll es tatsächlich die ganze Woche nicht geben ab Sonntag wird nicht ist es meistens teilweise sonnig bis leicht bewölkt ein bisschen Regen aber kein Schnee das ohne mich aber am Samstag also diesen Samstag jetzt Regen und Schneeschauer ja gut schauen wir mal gar nicht gibt schlimmeres glaube ich na gut ja sonst sind wir durch ja nächste Woche gibt es wieder die Ladung an Eating und Trinking die ist schon fertig die ist schon hochgeladen das ist sicher sonstige Videos sind aktuell nicht auf dem Plan also für Sonntag müsste ich sehr kurzfristig was produzieren was ich wohl nicht tun werde aber gut ich meine ist ja genug was soll passt schon denke ich und dann gibt es natürlich nächste Woche dann das nächste Blah und wie immer ihr wisst alles machen wir es schnell brauche Material von euch natürlich entweder in die YouTube Kommentare oder noch sehr viel lieber als E-Mail an bla mit h at kernspieler.de und das Ganze bitte bis Freitag 18 Uhr damit ich da auch anfangen könnte wenn ich es nicht wieder verbummle aber ist gut wenn halt eine Deadline setzen ist einfach nur sinnvoll deswegen habe ich das hier mitgemacht dann wünsche ich euch jetzt mal eine vernünftige Woche ein gutes Wochenende dann eine erträgliche nächste Woche dann sind wir ja schon wieder zusammen sozusagen und ja dann wohl bis dahin Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.